Die haben einen Arsch geschiebt. Hurra, da ist immer jemand. Raus! Alles gerne. Schade, ich dachte, die Eier. Jo, bis drin. Das waren jetzt 30 Sekunden, komm! Das Volk will ich! Die Mädels wollen noch mal fangen. Also, äh... Du willst nicht über ihm gucken. Manus ist ein Großschild. Oh! Geil, du bist so ein Glücksbild. Geil, du bist drin, was? Ja.